Ja, hey, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine Runde. Zwei Schwitzer, ein Controller. Wir nennen es jetzt einfach mal so, beziehungsweise zwei Dullis, ein Skaff. Man sieht hier auch noch im Vordergrund natürlich hier ganz klar Gamer Grip, ganz wichtig. Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung? Nein. Sollen wir wirklich M8 auf dem Himmel? Ja, scheiß doch drauf. Okay, Digger. Wir ficken die Spotzer. Okay, Digger, dann zieh mal durch, Bruder. Ich Skaffel direkt am Anfang. Hier, Skaffel, ihr was? Da, gehen wir links, oder? Ja, gehen wir links. Aktiv. So kritisch, ne? Wir haben es noch nie vorher geübt. Okay, aber nicht über die Wall, oder? Nein, nein. Da sind wir direkt tot. Einer ist Wall, der ist hinter uns, aber egal. Scheiß drauf. Rechts, rechts, rechts. Okay, komm. Aim. Wir bleiben hier kurz. Will safe einer kommen. Links, links, links. Boah, Hunderter? Ich wollte nur Skaffen, Leute. Okay, lass das hier. Digger, nimm Skaffen. Rennen. Zieh doch nicht die ganze Zeit. Jetzt ziehen, jetzt ziehen. Oh, Hunderter. Weiter, weiter, weiter. Willst du mal nachladen? Äh, nee, 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 nee. Pass schon, pass schon. Pass schon, blöd. Okay, renn. Skaff. Ganz wichtig. Oh. Oh, Digger. Oh, Digger. Oh, Digger. Warte, warte, da kommt doch noch einer. Ja, safe. Da hat jemand gestohnt. Safe, call. Digger, komm. Wir machen das, Alter. Wir müssen hier abhämen. Hier, aim. Bleib einfach. Kommt safe, einer. Locker. 100%. Okay, lass uns gehen, lass uns gehen. Wollen wir jetzt hier, uh. Was? Nein, im Fenster, Digger. Der zweite Hit, äh, zweite Burs hat irgendwie nicht connected, aber ist nicht so schlimm. Wie ist das denn? Was gibt es da? Okay, hinter uns sind auch welche. Nein! Was ist das? Du springst einfach. Ist nirgends. In so einer Situation wäre ich nie geschwungen, ich kriege einfach gar keinen Aim. Okay, ich habe auch zu treffen. Okay, das ist egal. Oh, da hast du sechster Sinn, nein, ne? Ne, ich habe keinen sechster Sinn. Okay, da ist gerade nichts. Nichts am Start hier, meine Freunde. Lol. Kriegt schon übelst die Krämpfe, Mann. Lol, er sitzt da, er sitzt da, glaube ich. Er saß da, ne. Boah, wird es echt hoch? Ja, easy. Oh mein Gott. Ne, lass die lieber runter. Da. Oh, da kommt noch einer. Oh, nein, noch einer. Warte, aim hier, aim hier. Kommt der echt nicht? Nein, das sind, gar den, gar den, gar nicht. Ander spawn, ander spawn. Hier rechts kommt einer. Alter, wir haben so die Runeter. Oh, sorry. Äh, aus der Mitte kommt, glaube ich, einer. Lass mal Schwarm aktivieren. Eins, zwei, drei. Hier hin ballern. Oh, ich habe ihn getroffen. Er stirbt, ja. Nice. Ich habe ihn fertig, den Nomad. Nice. Live im Video hier. Sehr schön. Okay, aim, aim. Das ist... Gib mir die 100er. Er ist dann nicht mehr. Kommt, safe noch einer. What? Lol. Oh, ey. Oh. Oh! Aim, aim, aim. Das kommt, safe. Aim-Controller? Oh, mein Gott. Er steht dort. Ah! Nein! Ich wollte gerade scaven. Ich stelle L4 besser als Darius, wenn er mit zwei Händen spielt. Ich liebe dich, Darius. Oh, mein Gott. Flammenwerfer, Digger. Nice. Oh, mein Gott, Digger. Nice scaven. Was machst du? Hier ist... Okay. Ich habe ein... Wie was? Da? Die kommen da. Ich habe so Krämpfen, ne? Ich auch, ich höre. Ne, andere Seite, glaube ich. Rechts hinten. Also kommen die auch. Na, da. Nein! Was, Loi? Ah, schade. Warte, wir müssen ein bisschen weiter nach hier. Oh! Oh, dein Ding! Was? So was von um die Ecke geholt. Oha! Wir müssen einfach beide Scoreboard gucken mal die ganze Zeit, ne? Oh, da kommt eine Kriegsmaschine. Egal, wir challengen die. Kein Ding. Woi, 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 woi. Loi, ist ein Ernst? Okay. Es ist da und es ist da. Okay, wir können... Nach rechts, oder? Ne, ne, Second Hill. Oh! Hier könnte noch jemand sein, eigentlich. Okay, ne. Loi. Loi! Äh! Leid! Okay, fragt egal. Lapp nach, oder? Sonnenstoß. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Okay. Wall, wall, wall. Fenster, Fenster, Fenster. Sollen wir einsetzen? Ne, ne, ne. Das Fenster, eben. Oh, lol. Alles klar. Er ist aber bei Wall gerannt. Fehler MC. Aber, Digga, wir sind eigentlich recht gut drauf. Hier. Links kommt noch einer, links kommt noch einer. Top, könnte auch jemand kommen? Ne, das ist der Teammate. Oh! Was? Lol. Okay, lass uns noch schnell aktivieren. Wir fallen fast von der Web. Was ist los hier? Ich bin nur aufs Kampfer. Ich hab so Krämpfe, ne? Oh, ey, oh. Oh, hier ist er, ist hier rechts. Oh, nein. Okay, okay. Guck mal, ich will jetzt die Kinder. Einen noch, einen noch. Ja, let's go, Digga. Hier noch vor der Cam. Abklatschen. Digga, das hat richtig Bock gemacht, oder? Nein, das hat auch Bock gemacht. Aber ich hab an Krämpfe. Ja, ich hab richtig Krämpfe, Alter. Hier, schaut auf jeden Fall bei Gamer Group vorbei. Ich zeige euch da auch nochmal, wie man das hier kurz anwendet. Wir kriegen absolut 0,00. Einfach so einen Klecks drauf, Digga, Jungs. Dann schön einreiben. Und dann kommt der beste Move, Jungs. Grüß an Zwiebel. Grüß an Zwiebel, meine Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Den Lukas natürlich auch. Auf meinem Video vorbeigucken. Genau. Im Vlog. Genau, im Vlog vorbeischauen. Und morgen Abo-Treff. Und morgen Abo-Treff. Wir tanzen hier nochmal oder zeigen nochmal kurz irgendwie, was wir drauf haben. Morgen Abo-Treff, 15 Uhr Domplatte. Ihr wisst Bescheid. In Köln. Bei den Treppen. Bei den Treppen. Ihr wisst Bescheid. Ganz oben. Und ja, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht, dann nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.